Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Gothic 3 Lang ist Zerr und wie ihr seht sind wir in einer Wüste. Ja und zwar bei einem coolen Tempel und zwar gab es ein paar Probleme. Und zwar haben wir alle schön aufgenommen und dann sind einfach unsere Folgen irgendwie verschwunden in den großen Weiten meines WCs. Simon kannst du mal sagen. Ja, das war ich nicht. Das war ich nicht. So. Und ja, jetzt nehmen wir mal endlich mal wieder auf. Ich dachte ich hätte noch genug Folgen um alles hochzuladen, aber nö. Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Maura. Und du? Warum hast du keine Schaufel und buddelst? Da frage ich dich. Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Wir sind Krieger. Wir verhandeln nicht mit Mauras. Arbeit. Dann töten wir euch. Nein! Wir haben den Lester getroffen. Ja genau. Der hat hier schön gearbeitet für diese... Und halt ich habe jetzt mal seine Waffe gesehen und zwar eine Nagelkäule ist das. Ah ja genau, die hat er ja auch damals. Also das ist cool. Aber ich liebe Gothic drei Jahre wieder. Übrigens Leute, eine ganz neue Information nochmal zu unserem Channel und so weiter. Und zwar haben wir jetzt eine Facebook Page. Falls ihr sie finden bzw. leiten wollt, weil da werde ich jetzt mal Informationen hochstellen, falls zum Beispiel eigentlich sollte, ich glaube heute oder gestern, ich weiß nicht, irgendwann in Civilization fünf Multiplayer eine Folge rauskommen, die aber leider nicht rausgekommen ist wegen Materialmangels. Weil ich mit Maxi immer besprechen muss, wann wir Zeit haben und... Ja, deshalb kam da leider keine Folge hoch, aber das alles könnt ihr noch gucken auf unserer Facebook Page. Die Facebook Page ist auf unserem Kanal verlinkt, falls ihr es suchen wollt. Jetzt sind da Raptor. Ich sehe aber noch nicht. Ja klar. Oh, Skelette! Oh, Skelette ist ja geil! Hammar! Gras korrekte Scheiße. Was hatte der gerade Blut? Was ist... Bumien! Fuuuck! Dammit! Alter, scheiß die Wand haben... Oh, fuck. Alter, scheiß die Wand haben... Alter, scheiß die Wand haben... Wir haben keine... Lester, wo bist du? Lester! Lester? Lester? Alter, was für Hölle die sind, Schatz? Die sind hier. What the fuck is hier going on? Wir können nicht machen die Sprinten, wir müssen aufpassen. Hier sind sie. Alter, scheiß... Da ist Lester! Ich hau ab! Lester, verkackt bitte! Uuuuuh! Alalalalalalalalalalalalalalalalalala Ja, klar! Komm! Lalalalalalalalalalalala What the fuck! Fuck fuck! Gravity fuck! Da ist noch eins... Alter, scheiße! Jetzt ist er geköpft, ey! Ich glaube, ich helfe mal Lester. Alter! Aber ich muss mal gerade... Nein! Nein! Äh, die machen dir eh nichts. Ach, stimmt ja. Doppelklick. Ähm, nein, ich mache hier. So, das ist... Oh! Na du scheiß Mungel! Nein, das ist ein... Zombie! Na du scheiß Zombie! Haha, wurde der Person haben wir einfach weg jetzt nicht. Alter! Direkt geht's in der Aufnahme so richtig fett los! Wow, wir sind einmal im Kreis gelockt. Okay. WTF, 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 WTF! WTF! Scheiße! Simon, lau! Ich ziehe ja schon, ich ziehe ja schon! Zombieland 4! Es gibt nur einen Teil von Zombieland. Äh, ich darf das gibt schon Zombieland. Nein. Spurwalter! Ja, hier kann ich aber ein bisschen helfen. Du hast aber nicht so viel Leben. Ja, wir haben fast kein Leben mehr. Sieh mal, Sieh mal, Sieh mal. Gut. Ähm... Zauber Spruch. Ja, gleich. Das hier wär geil. Wollen wir den wirklich? Ja, okay. Aber wir müssen erstmal wegrennen, ohne dass jemand hitet. Oh, Alter. Wir müssen erstmal... Alter! Ach, hier haben wir ja die Leute schon getötet. Ja, und sieh doch. Geh mal rechts lang. Ja, rechts kommen auch solche Dummen. Oder unten links oder da sitzt schon was. Unten rechts da. Ja, mysteriös. Ja. Komm mal rein gehen. Komm, scheiß drauf wärmen. Wahrscheinlich kann... Warum ist es hier so leuchten? Grün. Weil hier gar nichts ist. Weil hier eine Sackgasse ist! Oh, sorry Lester. Alter. Schock fürs Leben. Wollen wir da oben ein bisschen rappten? Nein. Huhu. Ja, Assassin's Creed 3. Ist denn deine Sassina? Oh. Genau nicht ganz. Also, es ist ein Tool. Nie, das da unten. Also. Wahrscheinlich sind hier dieser... äh, Kristalle, weil er Kristalle Monster heißt oder so. Oder sowas. Nein. Ich glaub, irgendwo ist hier eine Höhle. Genau. Wir brauchen Nomaden, um... ... jetzt die Orks erstmal platt zu machen. Und irgendwann machen wir auch mal die Zombie-Armee dort. Alter, das ist so krass. Was willst du? Die Orks wü- Was hast du vor? Willst du die Orks auch? Ja. Was hast du vor? Saturas sagte dann. Er sagte, wir sollen dich unter- Das habe ich vor. Ja, okay. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Gut. Ah, okay. Brauchen wir das. Gut. Okay. Das wollte ich grad gar nicht. Verblieben die Lernpunkte 8. Geil. Wir hatten voll die Lernpunkte. Dann müssen die Orks aufhalten. Wir müssen... Gut. Ich habe ein paar Dinge unter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier los schlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten du greifst den obersten der Orks an. Mach ich. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu... Wir machen einfach diese Flammenwelle. Wir werden allergerechtig angefangen. Ja, genau. Äh, jetzt gehen wir erstmal Wurstläster. Ach, die Nomaden gehen erstmal dahin. Dann müssen wir nochmal Warte machen. Jetzt sind wir Krankheiten heim. Auch an den Zauberkrankheiten heim. Wir wurden hier... Äh, keine Krankheit. Ja, siehst du bei der Ausdauer. Von den scheiß... Varan? Ne, nicht von Varan, sondern von den... Ähm, äh, Zombies glaube ich. Ach, wir haben noch zwei Steinschafeln, Alter. Macht doch die zwei Steinschafeln. Stimmt, von Lester. Wo ist Lester? Jetzt könnten wir Gohlen uns besparen, gleich. Jetzt könnten wir Gohlen uns besparen. Nein. Doch. Wir haben das genug. Aber kein Scheiß. Äh, jetzt haben wir die 25 plus. Ähm, wo ist das? Wir essen nochmal. Genau. Wir essen nochmal eine, komm trinken eine Milch. Eine Milch? Wo ist eine Milch? Ja. Eine Milch, ganz links. Oder ein Reis. Okay. Krütze ist das. Okay. Ähm, wollen wir nicht erstmal uns heilen, damit der Stammut unserer Dinge sich schneller auflädt? Stimmt. Krankheiten. Einfach Zauber. Nee, Zauber nicht. Den brauchen wir auch. Zauber, Zauber, Zauber. Ja. Wo ist der? 5. Die da. Glaube ich, oder? Nein, hier. Glaube ich. Inuskraft schließt... Ach, blau. Das blaue Heilungsding. Genau. Okay. Nee, du kannst einfach Doppelklick machen. Äh, genau. Au. Rechtsklick. So. Kabuja. So, das war's. Jetzt gehen wir auf 1. Aber ich frag mich, wo mein Lester ist. Also auch egal, können wir jetzt da. Auf Lester können wir erstmal verzichten. So, meine Freunde. Ich... Ich... Erstmal den obersten Augen greifen, den obersten. Das ist der Fetty. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Okay. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht direkt von dem Gebirge von Lerbechen weggehen. Steck die Waffe weg, Mora! Pack die Magie! Hör auf mit der Magie! Wir haben keine Dinge mehr. Pack weg, schnell. Genau. Genau. Jetzt noch erstmal Mana-Tanks. Äh, ja. Noch einmal. Okay. Fünf. Hör auf mit der Magie, Mora! Alter! Ey, ey, ey! Ah, ich kann mich wieder aufladen. Nein, 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 nein. Spielladen... Wann haben wir das letzte... Ah, gut. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Nein, da oben. Gut, laden. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist... Das ist richtig. Okay. Gott! Wie sollen wir das schaffen? Einfach... Einmal Buh machen und dann wegrennen. Und von außen snipen. Oder einfach direkt den obersten Augen greifen, das ist besser. Mit... Mit einer Armbrust? Und wo zur Hölle sind wir? Und wir haben noch einmal... Sind noch einmal vergift... äh, verkrankheitet. Verkrankheitet, genau. So nennen wir das. Okay, und... Wieder... Schaubern und dann... Uns Mana machen, und wir notfalls zaubern können. Ähm, warte. Mana Getränk. Getränk. Und dann holen wir unseren anderen Fleisch rein. Oder... Oder... Genau. Und hauen uns auch noch die Suppe rein, weil dann haben wir endlich mal mehr Platz im Wind. Lärft nicht. Okay. Gehen wir einfach hin, wollen wir direkt an. Erstmal brauchen wir die Armbrust. Wir haben aber nur einen Bogen ausgerüstet. Ja, okay. Das heißt, wir nehmen die Armbrust auf... Äh... Auf drei, genau. Jetzt tun wir auf drei. Zwei, neun. Dann, wenn wir uns irgendwo verstecken würden, erstmal einmal... ...hellen können. Noch von der Seite ist richtig gut. Erstmal müssen wir nach hinten gehen, und den anderen Leuten Bescheid sagen. Und nicht angreifen. Dahinter, hinter dem Lager. Hinter dem Lager. Nein, dahinten. Okay. Hat der Typ auch gesagt, irgendwo müssten die Nomaden postiert sein. Okay, so, da würde ich die jetzt auch nicht postieren. Ich würde sagen, ganz hinten. Links. Treppe lang. Da, links, 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 mal ein Feuer, links, mal ein Feuer, links und vorher. Ja, es muss nichts heißen. Na. Du wirst nicht. Außer, dass da Raptors sind. So eine Musik, ey. Das sieht so laut. Warum würde ich schon runtergeschleittern auf 50%? Vielleicht rechts oben? Nee, oder? Doch, guck. Das ist... Die Dinger sehen ja nicht so... ...einladend aus. Vor allem hier haben... Ich würde mal sagen, die haben alle hier... Okay, das da oben sieht nicht nach... äh... ...Nomaden aus. Sieht eher nach Ork aus. Sieht nach... Ich häng dich gleich und... ...und... ...und wirklich aus. Wollen wir uns hochglitschen? Alter, die sind zu stark für uns, ne? Keine Ahnung. Der ist dunkelrot, alter. Junge. Oh. Hörte. 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 Uuhuhu. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Diese Biester. Da. Höher. Höher und durchziehen. Die jetzt hier nach. Warte, warte doch erstmal bis ich dich sehen. Einfach, einfach warten, einfach warten bis sie kommen. Warte mit Mora. Ja, ich bin mit dir Mora. Warte mit dir Mora. Ist der Biss auf uns? Nee, geh mal. Geh mal scheiß auf die Dinger, ey. Geh doch irgendwo hin auf die Nomaden. Alter, scheiß auf die. Was? Höher, 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 Alter. Warten. Sonst folgen die ja nicht. Einfach hier warten, einfach hier stehen bleiben. Gehen. 1 2 1 2